Für die Gelegenheit, dass wir unser Projekt, die kleine Blume natürliches Lernen, auf dieser Plattform, bei dieser Gelegenheit uns hier präsentieren dürfen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Unser Stützpunkt ist in St. Margareten an der Raab. Wir arbeiten ca. 1,5 Jahre im Projekt. Wir sind eine Alternative zur Regelschule. Das heißt, bei uns läuft es so, dass die Eltern die Kinder von der Regelschule abmelden zum häuslichen Unterricht. Und wir noch die Möglichkeit bieten, bei unserer Lerngruppe die Kinder unterrichten zu lassen. Unsere Lerngruppe startet ab September, von Montag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und ist für Kinder von 5 bis 11 Jahren gedacht, also im Volksschulalter. Ja, und wir lernen in der Natur. Das heißt, die Kinder lernen im Wald, auf der Wiese, überall, wo es etwas zum Entdecken gibt. Und unter anderem haben wir jetzt eine Jurte erstellen lassen auf unserem Platz, der dann einfach als Lernraum dienen wird, wenn es einmal regnet draußen oder die Kinder einfach sich zurückziehen wollen. Und wir haben auch noch separate Räume, wo die Kinder dann kochen können, wo einfach andere Sachen noch gemacht werden können. Ja, unsere Pädagogik richtet sich nach verschiedenen Reformpädagoginnen, pädagogischen Ansätzen. Wir haben uns jetzt nicht auf eine festgelegt, sondern wir sagen, wir nehmen von allem, was wir gerade brauchen, was wir wissen und unter anderem auch die Leising-Methode. Unsere Pädagogik also bedeutet, wir lernen einfach aus der Natur heraus. Die Kinder wollen wissen, sie wollen Neues lernen, die Kinder sind voller Neugierde, sie wollen etwas erleben, sie wollen einfach nicht gestoppt werden. Und in der Schule ist es so, nach 50 Minuten, da läutet die Schulklocke und dann ist Stopp, dann ist Mathematik zu Ende. Dann darf nicht mal an Mathematik gedacht werden, weil dann wird gelesen. Und das wollen wir einfach nicht. Wir wollen, dass die Kinder den ganzen Tag lernen können, einfach Projekten nachgehen. Wenn jetzt zum Beispiel, wir machen jetzt Zentimeter, Dezimeter, Meter, dann gehen wir in den Wald hinaus, messen den Umfang von unserem Baum oder was auch immer. Also es wird einfach, wir tun etwas. Wir sitzen nicht nur da, sondern wir gehen, wir spazieren, wir laufen, wir forschen. Ja, und was auch noch wichtig ist, bei uns gibt es keine Noten, die Kinder bekommen kein Zeugnis. Wo oben steht, dass sie etwas nicht gut gemacht haben oder etwas sehr gut gemacht haben und das vergleichen mit anderen. Sondern unsere Kinder dürfen ihr Wissen präsentieren an einem Tag, den wir so nennen, zeig was du kannst. Und an dem Tag fahren wir dann zu einer Schule, wo die Kinder dann ein Zeugnis bekommen, sozusagen. Sie dürfen ihr Wissen anderen zeigen, dürfen präsentieren, was sie gelernt haben und bekommen dann ein Zeugnis. Für uns ist das die volle Aufregung, für die Kinder ist das ganz normal und die würden jetzt wahrscheinlich da oben stehen und wären überhaupt nicht aufgeregt. Weil es einfach etwas Besonderes ist, etwas zu zeigen dürfen, was man kann. Ja, und wir haben noch Plätze frei in unserer Lerngruppe. Und wir freuen uns auch immer wieder über Leute, die sich auch begeistern lassen und bei uns mitmachen wollen. Ihr könnt uns gerne auf unserer Homepage besuchen oder auch auf Facebook sind wir vertreten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn einfach noch mehr Leute begeistert werden und sich einfach einbringen und uns unterstützen dabei, dass wir einfach eine neue Schule, eine neue Lernform entwickeln können. Wir legen noch Flyer draußen auf und wir bedanken uns nochmal für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Nachmittag. Danke. 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 Vielen Dank.